Das könnte man auch so machen, wenn wir reagieren. Weißt du, was ich meine? Cringe. Warum? Denn. Ja, ist das Mikro weg, weißt du? Cringe. Wieso ist das jetzt cringe? Das sieht komisch aus. So vielleicht. Ungewohnt. So, ich... Ja, so ist perfekt. Scheiße, ich bin heute überhaupt nicht... Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mit dir heute los ist, aber... Ich muss mal die Nase zeigen. Ich mach jetzt ein Face-Review-Chat. Oh Gott, ich bin jetzt gar nicht gut, Alter. Nase. Du bist wie ein Csucco. Du bist wie ein Csucco. Csucco, mach doch die Kamera wieder nochmal. Okay, Entschuldigung, Chat. Also, ich weiß wirklich nicht, was heute los ist. Geh einfach. Okay, ich bin aber schon zu Hause.